so hallo leute und herzlich zu einem neuen guide von mir und zwar gibt es wieder mal hier ein erfolg auf der neuen map bitterfrost grenzland und dieser erfolg ist eigentlich geschenkt zwar heißt er bei erfolg täglich sondern bei chronik ein riss im eis kodex kodern dafür müssen wir einfach nur bei diesen schalen diesen typen die ansprechen aber das können wir jetzt nicht weil er kampf wird also nach am kampf und dann hören wir einfach also wir klicken uns einmal durch rage der flamme dann schützer der flamme dann hier noch mal weisheit der flamme und dann geistet flamme und tada wir haben es geschenkt bekommen ja leute das war auch schon alles zu diesem guide sehr einfach und schnell zu machen als sie das noch nicht gemacht habt dann könnt ihr es jetzt machen und wir sehen uns morgen noch mal bis dahin und tschüss